Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Dies ist ein Testvideo des Samsung Galaxy Note Edge. Natürlich in 4K der höchstmöglichen Auflösung und wir wollen mal schauen, was kriegen wir damit denn hin. Wie ist die Tonqualität? Ihr hört schon, hier ist eine Menge los und alle wollen natürlich ran an das Ding. Gucken wir mal, was die Kamera gepackt. Soll auch gar nicht allzu lang werden. 4K ist die höchstmögliche Auflösung und schauen wir doch einfach mal. Ein bisschen wackeln können wir natürlich auch mal. 16 Megapixel haben wir. Wir haben einen Smart OES, also auch einen Bildstabilisator und das soll es mit diesem Testvideo gewesen sein. Bin gespannt, was das zeigt kann. Auf Wiedersehen.